Zum Punkt hier vor Wattenscheid, Christian Blum. Und neben ihm der deutsche Rekordalter über die doppelt so lange Distanz, 200 Meter, von der Elgistadtwerke München, Tobias Umbra. Zweiter Vorlauf, 100 Meter, der Männer. Vielen Dank. Eieiei, was ist denn da heute los? Jetzt hat es außerhalb geklappt. Nun, Umbra, 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 10,56 Sekunden. So, und nicht nur Elmhammer werfen, haben wir die Nummer 1 und die 3, der letzte Name im Staponsprung. Hier ist die Nummer 3, der aktuellen Wettbewerbser, der letzte Spiegelbord.